So, heute machen wir mal wieder was, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Einfach mal einen Artikel, der mir gerade zugeschickt wurde von einem Follower auf Instagram. Was ich davon halte, Vitamin D-Zusätze, das Geschäft mit dem Sonnenvitamin, Bild der Frau oder Ausbild der Frau. Dieser Artikel, wir schauen es mal an. Wir lesen zusammen und ich werde so ein bisschen kommentieren, ich kenne den Artikel jetzt auch noch nicht. Wenn der Winter die Sonnenstunden verkürzt, greifen viele auf Vitamin D-Zusätze zurück. Glückhersteller werben mit dem Sonnenvitamin. Zu Recht, Fragezeichen. Wenn die Tage wieder kürzer werden, ist es nur logisch, dass wir alle weniger Sonne abbekommen. Richtig, bei manchen wird die Laune schlechter, Kopfschmerzen werden häufiger und die Erkältungswellen schwappen durch die Bevölkerung. Auch richtig. Doch woran liegt das eigentlich und können Vitamin D zusätzlich wirklich helfen? Wir verraten, woran sie erkennen, ob sie genügend Sonnenvitamin im Körper haben und wie sie für einen ausgeglichenen Vitamin-D-Spiegel sorgen. Denn auch ein zu viel ist nicht gut, was manche Hersteller nicht davon abhält, gute Geschäfte zu machen. So, klar, das sage ich ja immer wieder. Ein zu viel ist von allem nicht gut. Natürlich auch in Bezug auf Vitamin D. Aber gestern wieder in der Fragerunde beantwortet, man braucht schon extrem viel über eine lange Zeit, um dann vielleicht eine Hyperkalzämie zu entwickeln, die dann wiederum dazu führen würde, dass man zum Beispiel plötzlich vermehrten Durst bekommt, mehr Wasser lassen muss, Übelkeit erbrechen muss. Das wären so die krassen Symptome, sage ich mal, einer Hyperkalzämie, die dann eben irgendwann auftritt. Soll es dazu kommen, dass man plötzlich Übelkeit verspürt, kann man natürlich zum Arzt gehen, kann sich Blut abnehmen lassen, kann den Kalzium-Spiegel messen. Wenn der zu hoch ist, dann reduziert man das Vitamin D. Man muss es noch nicht mal gänzlich absetzen. Das reicht eigentlich schon, wenn man es wieder reduziert von zum Beispiel 200.000 Einheiten pro Tag auf 5.000, dann wird das relativ schnell wieder runtergehen, der Kalzium-Spiegel. Das kann innerhalb von wenigen Tagen schon der Fall sein und die Symptome sind Geschichte. Also richtig gefährlich, in dem Sinne ist es natürlich dann nicht, aber man sollte dann natürlich reagieren und man sollte auch nicht übertreiben, genauso wie man es mit allen anderen Dingen nicht übertreiben sollte. Wir denken immer, bei Medikamenten ist diese Schwelle zur Gefahr, zur Überdosierung sehr schnell erreicht. Bei Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter, Spurenelementen geht das nicht so einfach, da muss man schon extrem übertreiben. Das passiert natürlich nur sehr selten, wenn man völlig gaga ist. So, genau, dann wie geht es weiter? Vitamin D-Zusätze, was macht Vitamin D im Körper? Und also kurz vielleicht nochmal zu dem Satz, was manche Herrscher nicht davon abhält, gute Geschäfte zu machen. Für mich erstmal nichts Negatives, nichts Schlimmes, wenn man eben entsprechend auch Geld verdient mit guten Sachen, wie zum Beispiel Vitamin D oder anderen Naturstoffen. Ist doch absolut legitim. Jeder andere arbeitet auch für sein Geld, wirbt mit irgendwelchen Dienstleistungen oder Produkten, die mal gut, mal schlecht sind. In dem Fall ist es ja bei den Naturprodukten, Naturstoffen ist es ja im Grunde erstmal gut, solange man jetzt keine schlechten Zusatzstoffe reingemischt hat oder Preise verlangt, die utopisch sind. Aber da der Markt sehr groß ist, kann man sich das eh nicht leisten. Man kann nicht irgendwelche Preise verlangen, die keiner zahlen kann. So, weiter geht's. Vitamin D-Zusätze, was macht Vitamin D im Körper? Das Vitamin, das aufgrund seiner Eigenschaften auch als Hormon eingestuft wird, hilft dem Körper, Calcium aufzunehmen. Richtig, kräftig und stabilisiert die Muskulatur und ist Antreiber der verschiedensten Stoffwechselvorgänge. Genau, ich habe ja in mehreren Videos auch auf YouTube erklärt, was Vitamin D alles leisten kann. Also die Effekte sind eigentlich fast unbegrenzt in jedem Organ, in jedem Körperbereich spielt Vitamin D eine wichtige Rolle. Der unmittelbarste Nutzen steht hier für unser Immunsystem. Genau, ist die Aktivierung unserer Abwehrkräfte. Richtig. Also es moduliert aber, es moduliert das Immunsystem in beide Richtungen. Auch ein zu viel wird herunterreguliert. Dann steht, herrscht ein Vitamin D-Mangel, bleiben unsere Killerzellen im Schlafmodus und wir sind anfällig für Erkältungen und virale Infekte. Absolut richtig und deswegen ja auch so wichtig, dass wir Vitamin D ausreichend zuführen im Sommer und vor allem natürlich dann auch im Winter, wo der Vitamin D-Spiegel grundsätzlich deutlich niedriger ist. Weiter im Artikel. Mangel an Vitamin D. Diese Symptome deuten darauf hin. Sollten Sie einige der folgenden Symptome aufweisen, spricht das für einen Vitamin D-Mangel. Jetzt gehen wir es mal durch, um zu gucken, wie häufig solche Beschwerden, Entschuldigung, auftauchen. Ein geschwächtes Immunsystem ist Folge eines Vitamin D-Mangels. Das führt zu einem höheren Risiko, sich zu erkälten oder einen Virus einzufangen. Häufigeres Kranksein ist die Folge. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, für wie viele Menschen trifft das oder auf wie viele Menschen trifft das zu im Winter, wie viele sind anfällig für Erkrankungen, 90, 95 Prozent locker lässig. Und nicht vergessen, ein reguliertes gutes Immunsystem führt auch zu weniger Krebserkrankungen und zu weniger Autoimmunerkrankungen. Also wie viel wichtiger muss es denn werden, da wird wir nicht vor Vitamin D warnen, sondern Vitamin D empfehlen. Eben auch in solchen Artikeln. Die Muskulatur ist weniger leistungsfähig, was sich auch beim Sport zeigt. Muskelschmerzen, die an Muskelkater erinnern, sowie häufigere Stürze und ein wackeliges Gefühl stellen sich ein. Genau, auch das haben vor allem ältere Leute recht häufig. Da Calcio besser durch einen gesunden Vitamin D-Spiegel im Knochen eingebaut werden kann, führt ein Mangel zu porösen Knochen. Gerade in den Wechseljahren tritt dieses Phänomen auf. Die Folge Osteoporose. Genau, auch das, diese Osteoporose, haben ältere Herrschaften ab 60, 70, 80 sehr, sehr häufig. Und es ist ja nicht nur bedingt durch die Zeit, wenn man älter ist, sondern es beginnt mit 20, 30, dass der Knochen dann eben entweder stark ist, kräftig ist, man davon auch zehren kann, oder ob er sich relativ früh dann auch wieder abbaut. Deswegen sollte es auch für junge Leute gelten, Achtung, achtet auf eure Knochen, nehmt Vitamin D, vor allem im Winter. Dann Nummer 4, depressive Verstimmungen. Der klassische Winterblues ist häufig eine Folge von zu wenig Vitamin D. Auch das, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, 70, 80, 90 Prozent der Menschen fühlen sich im Winter sicherlich vom mentalen Zustand her deutlich schlechter. Punkt 5, gleiches gilt für Konstellationsschwächen und eine verringerte Merkfähigkeit. Okay, auch das haben natürlich nicht ganz wenig Leute. Schlafstörungen gehören zum Spektrum der Symptome des Vitamin D-Mangels. Sehe ich ja in der Praxis, wie viele Leute davon berichten, dass sie schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen, zu früh wieder aufwachen, gerädert aufwachen und so weiter. Also auch das ein durchaus wichtiges Thema. Nummer 7, auch Kopfschmerzen, die sie sonst nicht oder deutlich seltener plagen, sollten sie untersuchen lassen. Ja, auch das. Und Nummer 8, Heißhunger. Ja, Heißhunger ist ein Signal des Körpers, dass ein bestimmter Stoff im Körper fehlt, den er aber dringend braucht. Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass auch das jetzt Vitamin D abhängig ist. Also es werden schon ganz viele Beschwerdenprobleme aufgeführt, die laut diesem Artikel mit dem Vitamin D zusammenhängen. Und all diese Beschwerden kommen extrem häufig vor. Im Umkehrschluss müsste dann dieser Artikel sagen, Achtung, alle sollten gut dosiert Vitamin D nehmen, weil das absolut wichtig ist für einen leistungsfähigen Körper und damit wir nicht krank werden. Das ist die Frage, tut dieser Artikel das? Wir lesen weiter. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Ob Sie wirklich an Vitamin D Mangel leiden, kann man am Ende vor allem Ihr Arzt oder Ihre Ärztin bestimmen. Genau, einfach Blut abnehmen, messen, wenn man es nicht weiß oder unsicher ist. Nach einer Blutuntersuchung im Labor. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin kann Ihnen schnell helfen und Sicherheit geben. Sollte ein Vitamin D Mangel diagnostiziert werden, wird Ihr Arzt oder Ihre Ärztin mit Ihnen eine Behandlung besprechen. Zu viel Vitamin D kann Ihnen schaden. Jetzt geht das wieder los. Also zunächst einmal lernen wir, ganz, 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 ganz viele sind im Mangel, im Vitamin D Mangel. Im Winter theoretisch wirklich alle, alle, mit alle meine ich 100 Prozent. Auch für jetzt die Mathematiker, Statistiker, ich kenne keinen, der nicht irgendwo im Urlaub äquatornah ist, in Deutschland sich befindet und im Winter, im Februar, März, einen auch nur ansatzweise brauchbaren Vitamin D Spiegel hätte, ohne zu substituieren. So, und jetzt kommt trotzdem aber die Geschichte, dass wir jetzt darauf achten sollten, nicht zu viel zu haben. Obwohl wir alle zu wenig haben, sollen wir nicht darauf achten, nicht zu viel zu haben. Das ist schon mal ein bisschen unlogisch in dem ganzen Artikel. Bei der Aufnahme von Vitamin D ist doch Vorsicht geboten. Eine Überdosierung, Übernahrungsergänzung ist nämlich möglich und die kann sehr unangenehme Folgen haben. Genau, es ist möglich, haben wir ja gesagt, wie bei allem, also auch mit Wasser kann man sich überdosieren, es ist nicht unmöglich. Und, was wird da noch gesagt, es gibt auch unangenehme Folgen. Habe ich ja berichtet, was für Folgendes haben kann. Es kommt extrem selten vor, man fällt nicht tot um, aber es kann durchaus sehr unangenehm sein. Genau, aber wie gesagt, es kommt ja so extrem selten vor, dass jemand überdosiert, da muss er schon fast schon kriminelle Energien haben in sich oder masochistische Energien haben in sich, um das zu tun. Kommt also selten vor. Genau, so wichtig. Gesunden Menschen reicht es, ihren Vitamin D-Spiegel mit Zeit in der Sonne aufzubauen. Und das stimmt natürlich nicht. Das ist ein Märchen, weil im Winter können wir, und das ist jetzt zigfach nachgewiesen, und man misst es ja auch. Wir können kein Vitamin D über die Haut bilden, in Deutschland nicht. Wenn, dann müssten wir eben in Richtung Süden, unterhalb des 32. Breitengrades ungefähr, da könnte noch was gehen. Aber aktuell, weder November, Dezember bis hin zum April ist das eben in Deutschland nicht möglich. Und da denke ich mir, Leute, ihr könnt ein bisschen recherchieren, ein paar Sachen lesen, und dann wisst ihr, dass es im Winter eben nicht reicht, in die Sonne zu gehen. Und selbst dann, selbst wenn es so wäre, also ich schaue gerade raus und sehe keine Sonne tagsüber. Ich weiß nicht, wann zuletzt die Sonne wirklich mal ordentlich geschieden hat, ohne Wolken. Also, im Winter natürlich nicht möglich. Jetzt weiter, denn der Sonnenvitamin, darum heißt es so, wird dem Körper über Sonnenlicht selbst gebildet. Genau, über UVB, aber die Sonne muss eben weit genug oben stehen, 45 Grad über dem Horizont. Dann erst können wir Vitamin D bilden. Das kann dann auch nicht überdosiert werden. Richtig, genau. Wir können so ungefähr, ja, 10 bis teilweise wird 25.000 Einheiten gesagt, gebildet, pro Tag, wenn wir auch wirklich lang genug mit viel Haut ohne Sonnencreme in der Sonne sind. Ist der Speicher voll, hört der Körper nämlich einfach auf, weiteres zu produzieren. Meist reicht das über den Sommer angesammelte Vitamin D auch noch viele Monate in den Winter hinein. Nein, da hat jemand wieder keine Erfahrung. Ich bitte dann denjenigen auch wirklich mal zu messen bei mehreren hundert Menschen. Habe ich nämlich gemacht in den letzten Jahren und dann weiß man natürlich, dass es eben nicht reicht. Also, ich kenne keinen einzigen, wirklich gesagt keinen einzigen, nicht eine Person, die einen guten Vitamin D-Spiegel hat, im Winter ohne Vitamin D einzunehmen in Deutschland. Wirklich im ganz dunklen Winter, wenn man etwa kaum noch bei Tageslicht draußen ist, ja, das ist eben in Deutschland vier, fünf, sechs Monate der Fall, oder wenn eine bestimmte Vorerkrankung besteht, kann eine Ergänzung über Lebensmittel oder gar Tabletten sinnvoll sein. Bei Tabletten denkt man ja immer an Medikamente. Bei Nährstoffessenzen, die jetzt nicht irgendwie gepanscht werden oder Zusatzstoffe haben, sind das für mich keine Medikamente, sondern eben Nahrung. Es ist Nahrung, die man über die Nahrung selbst, also diese Nährstoffe über die Nahrung selbst, konnte man sie nicht aufnehmen, deswegen muss man sie ergänzen in Form von Nährstoffessenzen. Obwohl es gesetzlich verboten ist, Vitamin D ohne Genehmigung Lebensmitteln zuzusetzen, werben viele Hersteller offensiv mit dem Sonnenvitamin. Außer Margarine und andere Streich, Margarine ja ganz, ganz schlecht, und andere Streichfetten brauchen alle Hersteller für ihre Produkte eine Genehmigung. Interessant, wenn sie sie mit Vitamin D anreichern möchten. Also etwas lebensnotwendiges, muss deklariert werden, aber wenn Giftstoffe drin sind, dann interessiert es eben keinen. Auch wieder spannend. Spannend. Ja, ich versuche jetzt absichtlich so schnell zu reden, damit ihr nicht so lange warten müsst auf die Pointe. Ich weiß nicht, was am Ende noch kommt, aber dass ihr da nicht zu lange hier dieses Video anschauen müsst. Soweit, so gut. Die Realität sieht jedoch anders aus. In den Supermärkten sind Produkte namenhafter Hersteller zu finden, die zwar Vitamin D zusetzen, die nötige Genehmigung jedoch vermissen lassen. Oi, 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 oi. Sie setzen also etwas ganz, ganz Elementares für uns, für die Gesundheit, setzen sie zu. Meistens in so geringen Dosierungen, dass es quasi homöopathisch ist. Das fällt also gar nicht auf. Aber gut, darüber machen die sich jetzt hier im Artikel Gedanken, wie so auch immer. Das fanden die Mitarbeiter des Verbraucherschutzes Bayern heraus. Bei 13 Produkten übersteigen die Zusätze sogar die zulässige Höchstgrenze. Eieieiei, wahrscheinlich 5 Mikrogramm oder sowas, 200 Einheiten. Dies birgt natürlich die Gefahr einer Überdosierung. Das birgt eben nicht, nicht die Gefahr einer Überdosierung. Wenn da jetzt plötzlich irgendwo 10.000, 20.000 drin wären und irgendeine Person nimmt schon 20.000, 30.000, 40.000 Einheiten, dann kann es durchaus sein, dass es zu viel wäre. Aber ganz ehrlich, es gibt kein Produkt, wo jetzt wirklich im 4- oder sogar 5-stelligen Bereich an internationalen Einheiten Vitamin D drin wäre. Schon bei geringer Überdosierung über einen kurzen Zeitraum können folgende Symptome auftreten. Kopfschmerzen, Mülligkeiten, Abgeladenheit, Übelkarten, Erbrechen, Durchfall einer Verstopfung, starker Durst, Herzrhythmusstörungen. Genau, Herzrhythmusstörungen vor allem, weil dann ein Magnesiummangel entsteht und eben wiederum zu viel Calcium im Blut vorhanden ist. Deswegen ist es ratsam, wenn man wirklich sehr hohe Dosierungen, sage ich mal meinetwegen über 10.000 Einheiten nimmt, dass man dann auch nach ein paar Monaten mal kontrolliert, wo liegt der Calcium-Spiegel und dann passiert eben gar nichts. Sondern wir haben nur dann die Vorteile vom Vitamin D. In schlimmen Fällen kann es bei einer mehrfachen Überdosierung sogar zu Nierenschäden und dauerhaften Herzrhythmusstörungen kommen. Das wurde noch nie nachgewiesen. Da wäre ich gespannt, ob es irgendwo eine Dokumentation dessen gibt. Habe ich noch nie gesehen, dass Nierenschäden durch Vitamin D auftreten. Noch nie, wirklich noch nie. Ganz im Gegenteil, es ist belegt durch Studien, dass Vitamin D nephroprotektiv wirkt. Gerade bei Kindern und älteren Menschen besteht ein erhöhtes Risiko. Gerade deswegen haben Getränke, Smoothies, Tees und Süßigkeiten mit Vitamin D Zusatz im Handel nichts zu suchen. Oh Gott, nichts zu suchen. Ei, ei, ei. Wieder diese Gefahr, diese brutale Gefahr durch Vitamin D. Zu diesem Schluss kommt Jutta Schaumweber, Referatsleiterin Lebensmittel und Ernährung bei der Verbrauchszentrale Bayern. Ist ja okay, wenn man sich um die Ernährung kümmert, aber da gibt es doch ganz andere Beispiele, auch wirklich problematische Dinge, ob jetzt Glyphosat, ob jetzt zu viel Zucker und so weiter, viele Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und so weiter. Um die sollte man sich kümmern und nicht um einen lebenswichtigen Stoff, bei dem man brutal übertreiben muss, um in eine Überdosierung zu kommen. Die Verbraucherschützer haben eine Liste veröffentlicht, die die Sünder öffentlich macht. Wir wollen ihnen helfen, ihren Vitamin D Haushalt gesund und sinnvoll zu regulieren. Die gesamte Liste wird von der Verbraucherzentrale Bayern zur Verfügung gestellt, von 112 getesteten Produkten, die Vitamin D Zusätze nutzen, hatten 68 keine Genehmigung. Die empfohlene Tagesdosis beträgt für einen gesunden Erwachsenen 20 Mikrogramm. Das sind mal 40, sind 800 Einheiten. Das ist natürlich ein Witz. 800 Einheiten reichen für einen Säugling, aber natürlich nicht für einen Erwachsenen. Da müssen wir dann schon im Bereich von 4000, 5000 und aufwärts sein, damit wir ausreichend Vitamin D haben, wenn wir jetzt nicht übergewichtig sind. Genau, je nach Krankheit und Gewicht sollte es sogar deutlich mehr sein, gar keine Frage. Der Zusammenhang bzw. die Relevanz von Vitamin D gegen Covid-19 ist übrigens mehrfach untersucht worden. Informieren Sie sich unbedingt auch hierüber. Genau, sehr gut, dass Sie es ansprechen, weil es das Immunsystem stärkt und wir hätten viel weniger Infekte aller Art, wenn genug Vitamin D genommen werden würde, wenn die Ärzte, wenn die Kollegen alle darauf hinweisen würden und eben auch solche Artikel darauf hinweisen würden, wie wichtig Vitamin D ist und man keine Angst davor haben sollte. Stecken Sie Immunsystem in unserer Galerie. Okay, ich glaube, das war es, oder? Achten Sie unbedingt auf die Herstellerangaben. Genau, das war es, denke ich, soweit. Ja, also Artikel wieder, wie man es halt kennt, wie man es kennt. Angst machen nur Vitamin D. Ein paar Wahrheiten sind dabei, wie wichtig Vitamin D ist, aber eben man tut dann so, als wäre es für eine ganz kleine Zahl an Personen nur wichtig. Das sind dann die über 120-Jährigen wahrscheinlich und ein paar Leute mit Osteoporose. Es gibt ja nur 10 Millionen in Deutschland mit Osteoporose. Aber ansonsten ist es unwichtig und birgt die Gefahr von brutalen Nierenschäden. Das lernt man dann durch so einen Artikel. Heieiei, mir fällt dazu dann eben nicht mehr viel ein. Ich möchte auch nicht zu emotional werden, aber ihr wisst jetzt Bescheid.